Ah, der lebt noch, der lebt noch! Ah, der lebt noch, der lebt noch, der lebt noch, der lebt noch! Ich schwör nicht, weil es tut weh, Alter, es tut weh! Und du siehst, am Fenster, deutsche AfD-Parolen rufen. Hast nicht nur alle Nacken im Zaun! Warte, geht die Hera grad in Midland? Ne, die geht zu Pau- Bööööööö, was? Nein, okay. Bitte nicht, tu mir das nicht an! Oh mein Gott! Was ist das für ein Game? Digga! Hat da grad nen Cousin brainwaded? WTF Digga! Alter! Hier stimmt nichts mehr! No worries! Digga! Dieses Game! Was ist das für ein Game? Digga! Verpiss dich gut! Du kleiner Hurensohn! Was ist das für ein Game? Weißt du weißt Digga! Ich geh! Was ist das für ein Game? Was ist das für ein Game? Digga! Ich geh jetzt nach Hause! Ich geh nicht mehr! Oh mein Gott! Scheisse Digga! Das war ganz neut in der Nutshell! Ich schwörs ja! Oh mein Gott! Drecks Schildkröte Alter! Soll dich ficken? Ich heule! Ich heule mal! Ich heule! Wo ist der Jungler eigentlich? Da kommt der immer noch! Wo ist der Kugulkan? Ne ehrlich man! Ich bin hier auf jeden Fall, Bruder! Er ist auch doch precision ist fack! Ficken wir ihn! Schön! Das reicht nicht! Nein! Red! 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 Fuck! Ja! 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 Ich hör doch auf zu tanken Bruder ich hab vollst Ding! Ja! Ja! Ich hab volles Leben und das ist das Wesentliche geTankt, der warte! Oh! Hunderts Ademmer! Ähm, fuck. Your middle tower is under attack. Die würde ich mal hören. Was geht denn der mitsehen? Oh mein Gott, ich lebe noch. Ich glaube, was war das? Ich habe keine Ahnung mehr. So, hundern wir dich gegen meinen Reden? Scheiß auf deinen Reden, Bruder. Your middle tower is under attack. Yes! Be careful, middle! My region, we are free. Ah, yo, es geht Dark Wolf. Yo, Dark Wolf, willkommen. Enemy missing right. Enemy missing middle. Was ist das für ein Voiceback, Digga? Okay. Boah, Alter, das Skin von Daji ist auf jeden Fall erotisch auf einem anderen Level, Alter. Kevin, dude, I don't know what happened. We are going to uninstall the game to... The game is awesome. Hey, Kevin, you won't believe what I just said. We got invaded and our hero tried to take middle-air. Enemy missing middle. Wo ist der Hund? Der ist beim Camp. Das wollen wir... Oh, oh, Bruder, du bist... Ich habe keine Mana. Da ist ein... Dieses dumme Minion, Digga. Dieses Minion! Ich glaube, ich werde sterben. Ziemlich verarschen. Bruder, fucking Minion! Digga. Das war gerade heftig. War richtig heftig, Alter. Why are you in the jungle? Why are you running? 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 Richtig ziellos, Digga. Ich schuze, ja. Richtig ziellos, richtig ziellos. Richtig ziellos. Richtig ziellos. Wie gold ist, wenn die schon in der Mitte sind? Digga, hast du ultiert? Nee. Komm mal her. Nein, warum seid ihr weg? Weil er geultet hat, Digga. Ich wollte zu euch blicken. Achso. Digga, ich höre, ihr kriegt die Scheine. So behind. Ey, ihr lebt ja noch. Haben die Bekommst? Ja. Ich mach Ries, bis ich Level 5 bin. Kevin, yeah. Maybe we can reach that goal today. Ja. True, bro. True. True. Ich musste mich voll abgewöhnen, immer zwei Wards zu kaufen, ich hab früher immer so zwei Wards gekauft. Jaja, einer leichter jetzt. Hat er Beats? Äh, ja, hatte noch keinen Grund, das einzusetzen. Ja, stimmt. Wo ist er hin? Äh, Red. Digger, ich komm zu euch. Oh fuck, Digger, Hera ist tot. Ja, ich komm. Und bei Zulti? Okay. Ah, Digger, warum, warum pusht er ihn? Lass ihn doch. Oh man, hat keiner will lief? Mhm. Aber ich kann nicht spielen kämpfen. Mhm. 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 Kein interessiert, was die nicht schreibt. Ja, er ist richtig nervig. Boah, sie ist grad richtig heftig. Und wie viel Gold hat der? 400 mehr als ich. Das war so klar. Es war halt so klar, dass er gankt. Ja. 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 Oh mein Gott. Dafür ist der Gap gestorben. Ja, Mann. Warum hast du mich lieb, Bro? Warum hast du mich lieb, Bro? Die Neve nimmt jetzt meinen Red, oder? Weil sie tot sie ist. Okay, ich hab sie umsonst beleidigt. Du Digger, du bist so asozial. Enemies in middle lane. Da ist ich nie sicher, Mann. Das hat mich im Leben nicht getroffen, Alter. Fick nichts, Mann. Hast du Holti? Ja, er hat mich gesehen. Oh, fack. Digga, links, links, links. Gank left lane. Digga, wie lange hält der aus? Ja. Der Humball sollte sterben. Oder auch nicht. Hast du ihn? Ja. Pack, Digga. da? Big Planet. Ach, blau. Zuliko. Zuliko. Der ist noch mal. Zuliko! Zuliko. Zuliko! Zuliko. 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 Wenn du jemanden warst. Schade. Schade. Der hat drauf gewartet. Boah, das wäre heftig gewesen. Hätte ich den noch bekommen. Ja, Mann. Das war kein heftiger Kampf, Brody. Egal, egal. War gut für uns. Gold ist jetzt wieder gleich fast. Ja, Mann. Boah, wie lange bin ich tot? Oh Gott, ich bin sehr tot. Wie lange war ich gerade tot, Alter? Ewig. Und Mitte-Lane. Danke. Dein Team kommt direkt. Offensichtlich, dass jetzt jemand nach rechts kommt, aber... Der hat richtig Arschgebrachte gegen den Kusembur, gell? Ja, Mann. Der Kusembur braucht man nicht ganken. Ich kann dich hier nicht babysitten. Ja, den Kills nackst du dir noch. Nice run, Neve. Oh, fuck. Mein Red ist wahrscheinlich wieder weg, Alter. Ja, ist weg. Die kommen nach links, die gehen Humbart zum Vulkan. Wo sie sind? Oh, das ist. Ich habe Ulti. Okay. Hat der Beats? Weiß ich nicht. Wenn ich nicht sagen. Ah, der hat die New Ward. Der ist bei Hälfte. Boah, gefickt, du Hund. Red? Ne, ist nicht da. Okay. Ich muss back, ne? Ja. Hat der geultet? Schöne Ulti, schöne Ulti, blö. Oh, der lebt noch, der lebt noch. Nice, Mann. Haha, ihr Pistler. Stabil, die geht nach hinaus. Thanks, Kevin. Cousin, wo ist er? Proxy? Wo ist er? Achso. Proxy. Ich scheiß auf, ich scheiß auf. Ich habe ihm genug geholfen. Fuck, Digger, das war ne, uff. Das war ne Ulti von der, Alter. Stirbt ein, Digger Solo. Ich bin auf dem Weg, werde nicht gierig. Humbart ist beim Spiel. Hey, Gang, das ist gut. Der ist noch vater hier. Der ist nicht gebackt, der ist nicht gebackt. Ja. Nein. Boah, ich habe beide gekriegt. Nice, nice, nice. Er ist tot. Nein. Jawohl, nice. Wer hat gerade entzücktet den, was? Du. Was? Wie, Digger? Alter, der Cousin, wo ist er, Proxy, sein Vater, Mann. Ja, der will nicht mehr kämpfen. Tower ist weg. Ja. Lass die nicht durch den... Alter, der... Ich sterb an seiner Zwei, Digga. Ich weiß nicht. Zweite Relic, gell? Ja, 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 stimmt. Okay. Attack the gold fury. Did you save it, Bastard? I'll defend left lane. In, in. Attack the gold fury. I'm building stacks. I'll defend left lane. Digger. Oh, Loren geht halt auch nicht hin. Come on, Loren, Mann. Du, Pisa. Ist so ein Spast, Alter. So ein Bot, ey. Du, Pisa. Ah, das ist gut. Gap kommt zu euch von unten. Äh. Äh. Humbats und Vulcan Beats. Okay. Ich bin da DG. Ich bin da. Okay. Der sollte tot sein. Oder auch nicht. Fuck man. Der Gap peelt den Vulcan so heftig. Wieso leben die noch? Bis alle tot sein. Torns, DIGA. Fucking taunts, Alter. Ich seh nicht, wieso die alle noch leben was. Das macht keinen Sinn, Alter. Das macht absolut keinen Sinn. Oh, Loren kann aktuell nichts machen. Der ist... Der macht gar nix. Der kann auch nicht machen, DIGA. Der Kusum wird ficken. Aber er soll ja auch nicht auf Kusumbo gehen, Alter. Naja. Ich kämpfe jetzt auch nicht mehr. Ich muss meine Stacks auf Transform. Okay. Ultimate ist runter. Boah, das Lied ist heftig, Alter. Dirtman hast du wahrscheinlich wieder reingemacht. DIGA, jetzt mal ohne Witz. Ich brauch die gesamte Playlist, die heute lief, Alter. Ja. Heftig. Gesteckt. Sorry. Rechts, rechts, rechts. Ja. Parktisch. Ja, nicht so schön, dass wir den Tau verloren haben. Musst mir zuerst trotz machen. Wie soll ich tot sein? Ja. Ich hab Hohmbatz. Soll er ruhig hülken. Das stimmt. Nice, Bruder. Das war doch schön. Wie geht's, Mama? Wir ficken mehr. Alter, pushen. Nee, komm, wir ganken die. Wir ganken die. Wir können die töten. Auf Hohmbatz. Scheiß auf die Tanks. Hohmbatz ist tot. Äh, nicht Hohmbatz, mein ich Vulcan, sorry. Er hat Gehäte sogar noch. Alter, ich sterb einfach an Kruse in wo seiner fucking zwei, Digga. Attack, fire giant. Attack, fire giant. Attack, fire giant. Okay. Ja, was jetzt? Was machen die, Digga? Nö, die wollen. Die wollen Mitte machen, dann machen wir Mitte. Ja, Oloron. Attack, attack, fire giant. Die Minions hätten den Scheiß genommen, Digga. Sind so dumm, Alter. Zeitverschwendung, Mann. Das ist heftig, jetzt können wir nicht fire giant machen, weißt du? Ja. Also, vielleicht kriegen wir's hin, aber... Oloron hat ja noch angefangen. Nee, vergiss es. Die kommen wieder. Cancel that. Das war ein Spaß, der Oloron, Alter. Nö, Digga, der wollte ja zu fire giant, aber die sind nicht gekommen. Ja, aber er hätte dann zurückkommen müssen, weißt du? Dann macht er noch... Ja, das halt. Das war... Das war... Fire giant, Digga. Den Tower hättest du wieder Zeit nehmen können. Ja. Weil hätten wir fire giant gemacht, die hätten... Die wären dann eh erstmal gebackt. Hast du ein Sentry für fire? Die hier sind sogar zwei Wads. Ich will immer noch nicht meine Stacks fertig haben. Ciao Bruder. Ere Bruder, Ciao. Digga kämpf nicht gegen den. Ne ne ich will nicht kämpfen. Okay. Ich muss weg, komm zu mir, dass ich zu dir teleporten kann. Geh, hier, hier. Ah. Nein! Ja, geh noch in die Ulti. Ich bin weg, Alter. Der Kusembo trollt ihn richtig, er bleibt einfach stehen. Übel, gell? Guck mal, guck mal, wie er ihn trollt. Er weiß... Ah, du bist gekommen. Digga, die sind... Geh mal weg. Was machen wir noch da? Keine Ahnung, Digga. Was ist das, Digga? Oh, wir haben ihn. Oh, sie hat den Anteil der Ulti eingefangen. Nice. Ich habe das Gefühl, der Kampf geht schon drei Stunden lang. Ja, ist so. Kugel, keine Ahnung, nicht gewollt. Kugel, keine Ahnung, nicht gewollt. Wir machen hier nur Shit. Ja, der Chit einfach nur. Wir machen hier. Ich habe das, Digga. Wir machen hier. Du bist der Zuchten. Ja, das ist ein Spiel. Geh mal weg. Wir machen hier. Wir machen hier. Ja. Das ist ein Spiel. ja uh ich komm wir müssen irgendwie die beats von denen kriegen damit ich die nachher ran ziehe ja mann was für ein cooldown hast du als auf deine ulti bro ich mach grad so nice deflays ich will nix sagen digga wir kombinieren die scheiße grad richtig gut alter mit kugelkern ohne witz group up group up echt schade nexus digga das kann auch warten chill lieber mit uns digga chill doch mit uns ist doch grad lustig ja ja mann ja so tun wollte als ob wir dafür was machen ich hab jetzt auch noch hydras scheiß rock attack fire giant attack fire giant yes du brauchst es doch zum einschlafen mach den großen ja komm aber alle ok stabil ok wir müssen jetzt backen boah dicker ich wusste gar nicht wie mir geschehen greift an greift an nice schön weiter waren aber digga bleib noch da wir müssen den shit hier links pushen wer ist ja drei Tage tot doch halt ich wollte grad sagen digga hast du gestorben vorgestern ich schwör Ich will grad nur für Dings, äh, Book of the Dead, abgelassen nicht, Dings, 1,800, jetzt hab ich. Der Kuh wird mir denken, der kann ewig in meinem Tornado bleiben und seine Zwei aktivieren, Alter. Wie viel gibt es? Gibt es 75 Gold, glaub ich, oder so? Dicker, was ist das für ein Lied? Dieses neue Gold-Ding, ich glaub, nee, ich glaub, 50, gar nicht so viel eigentlich. Wenn's voll aufgeladen ist, gibt's so 3x25, glaub ich. Ja. Ich will nur ein bisschen Gold für mein, äh, Bloodforge. Ich will nicht diesen Kuselmograd fokusen. Nee, nee, mach nicht. Humbarts hier? Ja. Ich muss mich, ich muss mich zurückfahren lassen. Guck mal, der Kuselmograd fikt die beide, Alter. Was machen die, Digga? Der trollt die richtig hart. Ne, man, das Lied fühl ich nicht. Oh, jetzt hab ich Back unterbrochen. Oh, bro, 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 Bro. Ich bin nicht da. Mhm. Okay, jetzt. Wie viele Sekunden habt ihr noch, Feier? 49. Okay, jetzt müssen wir kämpfen. Auf mein Weg. Fass, mein frigidiger Wind. Rekord. Schau. Okay, okay, okay. Fass. Ich hab, ah, jetzt sind wir, wir müssen wir, wir müssen wir. Ich hab, wir müssen wir, wir müssen wir. Ich hab. Medusa chased mich. Wulker hat keine Beats mehr. Okay. Be right back. Okay. The world crumble. Don't miss that yellow stone. No. Attack the gold fury. Ok Nein. Ich habe ihn nicht getroffen. Schade. Feier kommt gleich. Keiner hat ein Wort. Was macht die da? Ich hab keinen Plan mehr. Lass die sterben. Oh, schade. Ich hab keine Beats, Digga. Okay. Ward the Fire Giant. Wuuuuh. Fire Warden. Ja. Ja, mit O'Lauron kann man das... Ja, der Pisser. Wir haben halt keine Warden dort. Okay, macht einfach. Macht einfach. Ich hab's gekündigt, O'Lauron. Macht echt keinen Damage mehr. Wir beginnen. Digga. Der ist fast gestorben, Alter. Thanks. Ich hab 3000 Gold, die ich muss kurz weg. Ja, ja, weg, weg. Wir kaufen. Lords, return to base, Grupa. Attack left, land. I have this on the rocks. Digga, geht doch einfach kurz zurück. Was steht dir da mit euren 5000 Gold? Grupa. Puh, 818, Digga. Grupa. Auf meinen Weg. Warum pushen wir eigentlich, Mitte? Ich hab keine Ahnung. Attack right, land. Attack right, land. Sinnlos, das wird... Alter. Okay. Stehe die Welt nicht mehr. Wir brauchen Warden. Wir brauchen Warden. Du kriegst da was, mach ich die ganze Zeit. Wunderschön. Ja, er lenkt die Gute ab. Ist so, scheiß auf Wallowren. Ich versuch gleich, Vulcan, seine Dings zu posten. Okay. Okay, seine Beats sind down. Okay. Guck mal. Der denkt, der kann das die ganze Zeit ganken, Digga. Was ist das gerade passiert? Wir haben gerade eine Vulcan-Use hier gefressen. Ach so. Ja, wir haben hier mitgekriegt bekommen. Aber wir brauchen nicht mehr. Hä, wieso? Ich bin gerade nur konzentriert. Es ist nicht, dass ich schlecht gelaunt bin. Es bleibt mir immer so, wenn ich mich konzentriere, spreche ich auf einmal nichts. Aber wir müssen ja auch was schreiben, auf was soll ich antworten. Ist so. Ihr Egoisten. Was? Sie wollen was, aber wollen nichts dafür geben. Ja, ist echt so. Wichtiger Noah, Alter. So, solche zwei Leute kamen mir auf jeden Fall vor. Wir müssen ohne Fury kriegen, anders können wir auch hier. Äh, 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 kannst du links? Äh, 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 kannst du links? Ist schon weg. Ich staun. Oder? Brauch nicht. Digga, da laufen immer noch zwei Stück mit dem, äh, ohne Relic rum. Immer noch, Alter. Wir sind bei Minute 33. Ah, Alter Schwede. Behinderter. Bro, du denkst, du kannst so viel tanken, oder was? Oh, shit. In der Marsch. Oh mein Gott, Digga. Lebst du noch? Ich lebe noch. Stabil, Alter. Oh mein Gott. Ich komm. Ja, ihr müsst schnell kommen. Ich hab keine Rupees. Ultimate is down. Your left Phoenix is under attack. Nice, nice, nice. Gnam' mal. Der Schuster auf. Chase Digger, Chase Digger! 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 Haben wir gerade alle zerfetzt, Digger! Pusher, Alter, der will, dass wir... Der will, dass wir feiern. Halt's der Maul, Alter! Der Port hat keine Ahnung von dem Game. Das ist so ein Spass, Digger. Ja, jetzt callt ihr Spass, ne? Lass von hier durchgehen. Nein, 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 egal, geh einfach von dort, mach dir keinen Unterschied. Digger, wir haben gerade vier Leute zerfetzt, gell? Warte! Digger! Fickt euch alle, Digger! Digger! Ich hoffe, du hast es aufgenommen. Natürlich habe ich es aufgenommen. Boah, Digger! Digger! Darauf erst mal fünf Stücke! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Untertitelung des ZDF, 2020